Nein, ich weigere... Das nützt jetzt nichts. Ich spare es mir für ein Phänokristall auf. Das gibt's ja nicht. Den Buge... Na... Auf dem Tisch? Super. Gibt's das auch? Wahrscheinlich ist die Antwort so... dumm. Pippi einfach, ja. Da hinten ist eine Tür. Aber sie geht nicht auf. Und sie hat keinen Griff. Das hier war's gewesen. Ja, schon. Gibt's ja nicht. Das gibt's wirklich nicht. Das Licht, also das Licht, das Musikrätsel, vor dem ich Angst gehabt habe, ist das weiteres, das ist mir gleich leichter. Das kann doch nicht sein. Da hinten ist eine Tür. Da hinten ist eine Tür. Dein. Dein. Ja, genau, schauen wir mal. Ich habe mir aber noch gedacht, warum sollen wir das jetzt abwischen und dann nichts machen? Es war eh schon aus, die Sachen, die wir weiter nennen. War bitte nicht. Jetzt kommt es nicht mehr. Jetzt kommt es nicht mehr. Ich muss aber noch ein bisschen abwischen. Jetzt kommt es noch einmal hin. Da müssen die Verteidiger dieser Insel gelebt haben. Da müssen die Verteidiger... Jetzt kommt er da wieder runter. Da müssen die Verteidiger dieser... Da müssen die... Da müssen die... Die Phäno-Kristallkammer muss für die Erbauer der Verteidigungsanlagen dieser Insel sehr wichtig gewesen sein. Da müssen wir nur warten, bis die Kugel kommt, oder? Da müssen die Verteidiger sein. Das ist eine Wahrnehmung. Oh, da kommt da doch nichts. Okay, da kommt nichts. Schön, dass die Rüstungsindustrie auch einen sinnvoll Humor hat. Es kann natürlich sein, dass deswegen niemand mehr hier ist. Schön, dass die Rüstung... Es ist auf jeden Fall da, was zum Tun. Schauen wir uns das nochmal an. Was ist das? Ich habe nicht das Wüst. Die Landzunge da drüben muss der Ausgang sein. Das Problem ist nur, man kann von hier aus nicht hinkommen. Wir können unsere Rulingbar katapultieren lassen. Schau, dann würde ich das reinschießen. Und weg sind wir. Aber es ist nicht so einfach gerade. Okay, sobald ich gehe, hört es auf. Also das funktioniert nicht. Aha, ich muss da irgendwas machen, also. Die Phäno-Kristallkammer... Wo gehen wir hin? Kannst du einen Bugel jetzt erst da hinstellen? Rechtsbarn. Schön, dass die Rüstungsindustrie auch einen sinnvollen... Nichts mit einer Rüstungsindustrie auch einen Busch. Da fliegt die Kugel wahrscheinlich rein. Vielleicht kann ich es blockieren. Oder ein Kugel hingestellt. Ich versuche mal ein Kugel, ich habe mal ein Kugel, ich habe mal ein Kugel, ich habe mal ein Kugel. Sicher irgendeine Kleinigkeit wieder. Nur ich kann rein, das ist aber schon komisch. Aber du kannst die linke Seite auch anklicken. Oh ja, da schon. Ich will keinen Tipp verwenden. Ich will es so schaffen. Gehe nach Westen, nach links, bis du den großen, merkwürdigen Kanonenkugelautomaten findest. Drücke auf den Knopf. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon mehrmals gemacht. Die Landzunge da drüben. Das war aber keine große Hilfe. Steinerne Kanonenkugeln? Mann, die sind vielleicht schwer. Ich habe mir schon gedacht. Wahrscheinlich muss ich nur ein bisschen bewegen. Das habe ich eben gemeint. Ob du den Bugel hinstellen kannst, aber selber. Oder du kannst dich nicht bewegen, während das... Ich weiß noch nicht, wie viele Kugeln ich brauche. Ich muss die Kugeln rüber schießen. Und dann rüber schießen die Kugel. Und wir zählen, das wird nicht reichen. Und dann flugt man in die Lava rein. Nein, das geht jetzt doch nicht. Oder ich muss... Oder du musst die Kugel rüber schießen. Ich muss die mit der Kugel und dann hüpfe ich so vielleicht... Ich muss die mit der Kugel rüber schießen. Ich muss die Kugel rüber schießen. Ich muss gleich noch eine zweite Kugel rüber schießen. Okay, ich muss die Kugel rüber schießen. Ich muss auch gleich noch eine Kugel rüber schießen. Ich nehme gleich noch eine zweite Kugel. So, jetzt gehen wir mal, oder? Probieren wir es aus, was jetzt passiert. Ich muss wahrscheinlich immer genau schauen, dass so viel sind, dass wir in der Waage sind. Und dann muss ich ein bisschen rupfen, oder ich will es sehen, irgendetwas wird sein. Irgendwas Banales.